Norddeutscher Rundfunk 2021 Ja, Konstanz ist drin Ja, dann fange ich an Ist okay Gut Alles gut? Ja, ich habe nur geguckt, ob die Sidewalk-Karten drin sind Also, dass keine hier drin ist Ich würde das halten Geh ich mal fetchen Und dann würde ich einen Ponderspuren Dann zieh ich Dann bist du Dann zieh ich Dann bist du Dann bist du Dann bist du Ja Ja Geh ich mal fetchen Ich schlieg mal ein Decay auf den. Und dann bist du... Hast du es stört? Ja, okay. Bist du schon wieder gut? Ich spiel mal ein Brenzern. Ich hätte Böse haben oder nicht so für zwei zu spielen. Dann geh ich fetschen. 17. Und höre mal wieder. Oder da, geh ich statt. Ich spiel hier einmal. Ich spiel hier einmal in Oco. Mach ich Plus. Für den Food-Token und dann bist du. Ich spiel hier auch schon so zwei Minuten fünf Minuten. Das ist doch so. 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 Den hast du. Dann bist du. Wann ich mal Plus, ich mach das zum Elf? Dann spiele ich hier die Katze, wenn ihr ins Spiel kommt, kriege ich ein Leben, du verlierst aus. Dann spiele ich die Covern, hab ja. Dann würde ich ihn bouncen. Dann bist du. Ein Hurrikan für zwei, macht dann jeder fliegenden Kreatur und an jedem Spieler zwei Schaden. Was? Dann würde ich sie bouncen. Dann geht der gute Goose. Und jeder kriegt zwei. Jetzt weiß ich nicht, zählt der Oko auch als Spieler in dem Fall? Er hat zwei, dass er noch zehnmal spielt. Gute Frage. Weiß ich nicht. Bei Hurrikan, zählt Oko da als Spieler oder ist es halt ein anderes Ziel? Each player, oder? Each player and each creature, ja. Nicht mehr, hier. Hier. Ich wusste doch, ich hab's gehört. Ein Hurrikan. Geht der auch auf den Oko? Zählt der als Spieler aus? Wuhuuu. 10, der Micha gegen den Julian. Ja. Nero. Das ist Nummer 12, hier wo ich sitze. Der Tobi, glaube ich. Der Tobi ist noch draußen. Gut. Tisch 12, Manuel gegen den Micha. Und mich 13, der passt rein gegen den Sascha. Hurrikan. Doppel R, sag das doch. Hurrikan. Ja, das weiß ich doch nicht. Steht doch da. To each creature with playing in each player. Nicht auf den Oko. Okay. Kinn, das. Kinn auf den Tisch. Okay. Dann musst du machen. 50. Ich bin mal ein Prenzer. Ich geh mal fetschen. Sing. Ja, wir haben getappt. Dann spiel ich die Harpia. Trigger. Würde ich ihn bouncen. Dann triggert er. Zieh ich die Karte. Dann mach ich Plus und mach das Foodtoken zu hier so einem Elch. Zwei Elchen. Und dann bist du. Kauf mich. Mh, ja. Du kannst ihn ja regenerieren. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Äh, ja. Geh ich auf Sex. Dann bist du. Mh. 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 Mach ich mal Plus. Mach mal ne Food. Dann spiel ich Aluren. Ok. Ja, ok. Dann bahn sich mir die Harpia. Dann spiele ich die Happe, spiele an ihn. Auf den Trigger dann. Dann kriegst du ein Leben und ich verliere eins. Genau, ich kriege eins, du verlierst eins, dann wird er gebounced. Dann baut sich die wieder für ein Leben. Spiel die wieder. Auf den Trigger spiele ich ihn. Kriege ich ein Leben, du verlierst eins. Ähm ... Darf ich mal? Ja klar. Machst du jetzt immer so weiter? Ja. Alles klar. Ich warte, ich warte. Verreig. Das憋 patentiert. Ich hab dasриbe drin. Ich würde anfangen. Ja. Ich schalte. Ja, ich auch. Das ist gut. Das ist gut. Trigger? Ja, da bist du. Was? Ja. Ich habe gehört, die ist gut. Ja, die ist gut. Dann bitte für 5. Ja. Dann bist du. Der Top-Off. Ich hasse es. Der ist wirklich gut. Machen wir mal Plus auf ihn. Ja. Keine Ahnung, wie man es macht. Ja, so. Dann bist du. Ich kann mal den Oko an. Äh, ja. Dann bist du. Los. Dann haben wir hier so eine Foot. Dann geh ich mal flitzen. Ach so. Ich kriege mal eine Harpje. Für die beiden. Trigger? Nee. Ach, stimmt. Die triggert ja nicht. Das ist natürlich richtig. Stimmt. Nein. Ähm. Dann bist du. Stimmt. Ja, der Top-Off. Ich kriege mal eine Loko an. Dann block ich. Ja. Und bounce die für eins. Das geht ja mal. Ja. Ja, das geht, ja. Dann würde ich ... Tja ... Ich würde ihn mal spielen und würde mal eine Permanente auf deine Hand bringen, würde ich die nehmen. Also mit dem Adventure. Okay. Und dann ist der noch auf einer Adventure. Den kann ich dann noch Carsten nachträglich. Ja. Dann gehe ich in meinen Zug? Nee, weil ich kann die ja dann noch mal spielen. Ja, am Ende deines Zug. Ich dachte, du bist fertig. Warte, du warst fertig, oder? Habe ich nicht gesagt, aber ja, war ich. Ach so, Entschuldigung. Ich dachte, du wärst fertig. Okay, dann gehe ich in meinen Zug. Dann mal. Ähm ... Ich spiele mal eine Brainsome. Wie spiele ich in die Weisheit? Ja. Ich spiele mal eine Brainsome. Wie spiele ich hier? Ich spiele mal eine Brainsome. Ja. Und ich spiele mal eine Brainsome. Ich spiele mal eine Brainsome. Ja. Und dann, ja. Dann, die sind die Brainsome. Ich schlafe das. Ich schlafe das. Ich schlafe das. Dann spiel ich mal die Harpia. Trigger. Drop. Trigger. Dann bounce ich mir die. Spiel die wieder. Spiel auf den Trigger ihn. Trigger. Dann kommt der Trigger. Dann bounce ich ihn. Dann kriege ich die Karte. Dann bounce ich sie. 10. Dann spiel ich ihn. Trigger. Dann wird er gebounced. Hier wird gebounced. Dann bezahle ich ein Leben. Dann spiel ich sie. Spiel ihn. Trigger. Kriege ich die Karte. Dann triggert er. Dann triggert er. Dann kriege ich die auf die Hand. Dann spiel ich die. Trigger. Dann ziehe ich eine Karte. Dann ziehe ich ein Leben. Bounce die. Spiel die. Spiel ihn. Trigger. Ja. Dann triggert er. Dann kriege ich die Karte. Dann ist er gebounced. Dann kriege ich die Karte. Zeichen Leben. Nimm sie auf die Hand. Spiel sie. Dann spiel darauf ihn. Ja, das war's. Ich hab Blender nachgezogen. Ja, es kam nichts Großes. Er war halt gut, aber mit dem Oko war er... Was ist denn Dara der Endlosung? Was war denn Dara der Endlosung? Zeig doch mal den Endlosluch, auch für die Kameraleute. Haben die schon gesehen? Dann seid ihr fertig? Das war's.